So, hier im Club habe ich auf jeden Fall keine jüngere Frauen gesehen. Die waren alle über 18. Das ist nicht schön. Das ist nicht gar nicht. Das ist nicht gar nicht. Super, dass ich die Stelle noch bekommen habe. So habe ich ein bisschen Geld und dann kann ich mir wieder ein paar neue Sachen kaufen. Da habe ich echt Glück gehabt. Macht sogar Spaß. Was haben wir denn da? Mehmet! Hallo, Herr Ruhr. Mehmet! Was tun Sie hier? Ich habe hier einen Ferienjob, dass ich ein bisschen Geld nebenher machen kann. Geld, sagen Sie? Ja. Aber Sie sind doch noch Schüler. Habe ich recht? Ja, ich bin noch Schüler. Dürfen Sie denn hier im Club arbeiten? Ja, ich bin ja 18. Das kann ich schon. Sie sind 18? Und Sie sind in der siebten Klasse, ja? Ja, ich bin ein paar Mal. Ich war nicht so gut in der Küche. So, Mehmet! Was ich mich frage, ja? Ich war heute hier im Club. Bin hierher gekommen, ja? Und habe keine jüngere Frauen gesehen. Wo waren Sie? Das ist ein Club mit Alkohol und so. Das ist ab 18 hier, Herr Ruhr. Alles klar! Alles klar! Wollen Sie mich auch wahrnehmen? Sie sind doch viel zu schwer. Er singt, er fliegt, er spricht, er lügt. Ich lüge nicht, dass ich draußen dran lasse, dass er ab 18 ist. Er lügt. Nee, das wirklich... Er flügt. Und sein Po ist am Rügen. Was war das gerade? Weiß ich nicht, Herr Ruhr. Eine Ballade. Die Ruhr-Ballade. Ja, ja. Jetzt wiederholen Sie mir nach. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mimed? Mimed? Hat kein Ei. Ich habe ein Ei. Hat kein Ei. Kommen Sie näher? Es gibt sechs für Sie. Ich habe aber doch gesagt, was Sie gesagt haben. Mimed kriegt eine... sechs? Ja, Herr Ruhr. Wiederholen Sie! Mimed kriegt eine... sechs? Mimed kriegt eine... sechs? Und ist eine Niete im Sex? Gibt es eine Niete im Sex? So, eine Frage, Son. Dich, Mimed. Ja? Wo finde ich hier... Frauen unter zwölf? Im Kindergarten, aber weiß ich jetzt nicht, ob das legal ist, ne? Ob das legal ist. Der, die das... Wieso, weshalb, warum? Denn ich frag gleich drum. So! Ah! Alter! Ich kann... Ah! Untertitelung des ZDF, 2020